Alarm, Alarm! Verschließen Sie bitte alle Türen! Der Gefangene ist geflohen! Ich wiederhole, der Gefangene ist geflohen! Wir müssen ihn finden! Wir müssen ihn finden! Der ist doch schon über alle Berge, den finden wir in die Marke! Der ist so geschäft, den krieg ich! Ich schieße auf, zu die Luft! ...und sei es bereits informiert und wird das umliegende Gebiet absperren. Falls jemand ihn sieht, sagen Sie uns Bescheid! Montag, der Teilex hier! Die Dach, die bekomme ich! Die Dach, die kann ich einsperren! Aber ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Und von einem Fiebertraum kommen wir zum nächsten! Wir spielen heute Dead Faces Prologue Demo! Plot ist... Boah! Okay! Plot ist, soweit ich weiß... Oh, erst mal lesen! Es ist zwei Jahre her, seit ich alles verloren habe! Isoliert für Jahre in deinem Apartment! Du kannst dich nicht erinnern... Du kannst dich nicht an ihre Gesichter erinnern! Ihre Gesichter... Ähm... Verbildlichen... Oh, Alter! Ja! Ein Verlust unter den Sternen! Äh... Die Linie zwischen... Äh, ja, okay! Vertraue... Vertraue nicht deinem Kopf, aber das, was du siehst! Aber dem, was du siehst! Du musst dich erinnern! An ihre Gesichter, Jack! Oder der Albtraum wird niemals aufhören! Interessant! Darf ich jetzt? Kommt jetzt noch was? Oh ja! Dead Faces! Also Plot ist... Ich habe irgendwas richtig beschissen gemacht... Und ich muss das jetzt herausfinden... Irgendwas mit Psycho! Deswegen... Banger! Ich bin gespannt! Boah! Uh! Oh! Schick! Das Spiel sieht schick aus! Oh, was haben wir denn hier? Äh... E? E? F? Wie hebe ich das Ding auf? Examen... Pause... Inventory... Use... Mit E! Wenn Blöder keine Grenzen mehr kennt! Ich habe gerade in der Einstellung gelesen, dass Examen mit Q ist! Und da steht ganz fett Examen! Examen... Ich kann es nicht... Ehen! Das geht nicht! Und die Sensi ist hoch! Das Ding ist kaputt! Was ist das? Ist das ein Staubsauger? Ich bin auch ein Riese, oder? Oder sieht das nur so aus? Ich muss die Maus-Sensi ein bisschen runterstellen, das ist viel zu hoch! Ja, immer noch hoch, aber kann nicht mit leben! Ähm... Wenn ich mal... ...kein Geld mehr habe, ist es vorbei mit mir! Stimmt, ich bin ja isoliert, ne? Ich habe kein Spiegelbild! Also hier steht zwar Examen, aber... Oh, mit Q! Das stand da eben! Kann ich mich die Sachen doch angucken? Cool! Okay! Warte, muss ich mir noch mehr angucken! Was ist das hier? Ein Spiel? Oder ein Film? The Uncertain Episode 1, The Last Quiet Bay! Okay, das ist ein Horrorfilm, oder was? The Uncertain Light at the End! Okay, interessant! Cool! Psycho Blood Scream! Ha! Das ist genau das richtige Buch für mich! Da fühle ich mich doch daheim! Okay! Noch irgendwas zu sehen? Hier! Noch so ein Buch? Path of Wisdom! Ansonsten bin ich hier durch, ne? Dann verlassen wir mal meine Gemächer! Ach! Na super, jetzt wird es mir erklärt! Ist es meine Bude? Ja, ne? In meinem Apartment bin ich! Ein Hammer! Was war das? Wie ist irgendwas umgekippt? Das ist mir nicht entgangen! Wenn du spielst, ist es ein bisschen leise! Da laufen schon die Kakerlaken rum! Boah! Boah, tschüss! Oh, scheiße! Ich wollte es gerade loben für das Aussehen! Aber anscheinend ist die Verbindung echt Arsch! Mh, Kassettenrekorder! Für dieses Abspieler! Boah! Das neueste Smartphone! iPhone XYZ! Freue ich mich doch! Was hat er gesagt? Ich kann es dir einmal angucken! Eine Kamera! Die Nona So mag! One Kid with... Okay! Boah, das ist irgendwie... Also ich mag das nicht! Diese Fichaugen-Optik ist irgendwie... Magibnins... Sehr weirden Vibe! Okay... Warum ist hier so eine... Warum ist es hier geschmückt? Was soll das? Ey, das Spiel ist wunderschön! Ehrlich! Mit dem wasche ich meinen Körper? Warte, stimmt! Ich habe gar keinen... Ah, doch! Ich habe eine Wanne! Mal waschen meine Hände, oder was? Seife! Zahnbürsten! Die durch den Boden durchgucken! Die gehen immer kaputt? Sag mal, was habe ich für Zähne? Was sind denn da? Jetzt tropft es auch, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, wer das ist! Oh, 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 oh! Da fängt es schon an! Ich muss mich an ihre Gesichter erinnern! Äh... Okay, das ist irgendwie ein anderes Chapter, was man im Full Game benutzen kann! Natürlich! Vielleicht ein DLC oder so! Ach du Scheiße! Was ist das denn? Rust and Blood Chapter 1 & 2! Das sieht aber richtig... Komisch aus! Habe ich eine Flashlight? Scheinbar nicht! Alles am Start! Ich bin voll ausgestattet! Ich brauche einen Schlüssel! und Plattenspieler! Yohohohoho! Ich habe es nicht benutzt seit Jahren! Meine ganzen Platten... Ich sehe nichts! Aua! Hallo?! Ist das dunkel?! Ich will den Lichtschalter benutzen! Warum geht das nicht? Es ist so dunkel hier drin! Ach komm, ich gucke mir jetzt nicht alle an! Nee, nee, komm. Das brauch ich nicht. Milch. Das guck ich mir an. Wow. Oh. Ich verliere mal... Du verlierst deinen Verstand wieder, Jack. Wer redet da mit mir? Wer sind sie? Okay. Ich müsste diesem komischen Abspielgerät, glaub ich. Boah. Boah, das ist irgendwie unangenehm, hier rumzulaufen. Das ist eine ganz komische Atmosphäre, sag ich ehrlich. Radio. Moin. Nur ein altes Radio. Nee, dieser Kopf da hinten, ne? Ja, und jetzt? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ist hier ein Schlüssel drin? Was ist los? Oh! Hä? Hä? Wer sind sie denn? Haben sie mit mir gesprochen? Slenderman? Bööö. Hä? Server, wie sind sie hier reingekommen? Haben sie... Oh, sie sind im Fernseher? Oh, nee, schon wieder so eine Satanscheiße, Mann. Das ist doch nicht normal. Warum müssen sie denn immer mit drin verwickelt sein? Und jetzt? Ja, ich seh's. Aber... was soll ich... Oh, da... Oh, mein Gott! Hi! Hä? Aber wo ist denn hier überhaupt meine... Wo ist denn hier überhaupt meine... Oh? Also, wo ist meine Haupttür? Wo komme ich denn hier rein? Oh! Äh, du musst dich an ihre Gesichter erinnern. Oh! Oh, ich hab mal States irgendwo hinter mir stehen, Alter. Was mach ich denn hier? Warte mal, es hat ja immer noch in der Tür geklingelt. Das heißt, er muss doch irgendwo... Nee, das Bad ganz sicher nicht. Obwohl... Er sitzt gleich noch einmal in der Wanne. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Auch Horror-Monster müssen sich mal waschen. Ist denn Bad irgendwas noch? Nee, das Bad ganz sicher nicht. Es ist ein Bad! Hä? Was ist das denn jetzt? Ich komm nicht raus. Jus. Äh, Begin Baby Lux Chapter. Was ist denn das für ein Hauptspiel? Du kannst ja einfach mittendrin auf irgendwo anders rein. Was ist meine Aufgabe? Seife. Schwamm. Äh. Äh. Was ist das denn? Ein Kokon? Äh. Was mach ich jetzt damit? Ich guck den doof an. Ja, super. Was soll ich denn jetzt denn machen? Hallo? Ich hab Angst. Äh. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Nein. Oh, das ist jemand. Oh. Nein, ich bin wirklich stuck. Ich bin ins Waschbecken gefallen. No. Du musst mich hier rausholen. Ich komm nicht raus. Ich bin im Waschbecken. Ich bin stuck im Waschbecken. Wieso passiert mir das immer? Ich komm nicht mehr raus. Ich hab keine Wahl. Neustart. Oh, Mann. Ah. Jetzt seh ich dich klaut deutlich. Was bist du denn für einer? Ein Schlüssel. Äh. Erinnere dich, Jack. Äh. Warum verdienst du das? Danke, schätze ich. Was ist hier? Äh. Da ist ein Baby drin. Ein Embryo. Mach das Ding kaputt, Junge. Da kommt ein Zombie raus. So. Ich darf mein Haus jetzt verlassen, ja? Ich darf? Ich darf. Oh. Nö. Oh, sowas hasse ich ja, ne? Boah, ist das ein böses Baby. Oh. Ist doch viel zu offensichtlich eigentlich, aber... Mein Gott. Horrorgame halt. Oh, Junge. Die mockt mich. Die mockt mich einfach. Es ist für dich vorbei, Jack. Boah, Alter. Dieses Bild war echt heftig. Scheiß Clown. Ich hab keine Clowns vor mir, aber sowas ist... Hardcore. Drei Punkte. Ah. Junge. Chill doch ne Sekunde. Meine Fresse. Ich dachte, ich könnte mich kurz sicher fühlen, weil der Jumps hier eben schon kam. Alter, hab das bald. Ja, aber... Digga. Ja, cool. Was machst du jetzt hier? Hä? Ich komm rüber. Gib mir das Hackebein. Was ist das denn für ein Toast? Komm, ist das nur eine Spirale drin? Ist das ein Baum? Boah, du Bullshit. Ja, wohl. Boah. Ey, das sieht wirklich köstlich aus. Das ist deine Schuld. Was ist meine Schuld? Was hab ich hier... Was? Oh nein, die Polizei hat mich wieder gefunden. Sie wollen mich holen. Ich geh nicht mehr zurück in die Psychiatrie. Ich geh nicht mehr zurück. Oh nein. Halt's Maul. Oh, ist das laut. Ja. Hä? 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 Wo? Wie war? Wie war? Was denn? Wo? Soll ich weg? Darf ich weg? Nee? Wo muss ich hinterher gehen? Was ist das? Was ist der Key? Boah, geil. Zitrone. Ich weiß, dass es meine Schuld ist. Also zumindest irgendwas soll hier meine Schuld sein. Ich kann natürlich nicht nachvollziehen, was meine Schuld ist. Was soll ich denn machen? Oh, es hat aufgehört. Kann ich gehen? Ich würde gern gehen. Ich darf nicht gehen. Oh, nö. Doch, ich darf. Aber der Punkt war ein bisschen weird geplaced. Eine Ehrenrunde. Oh. Ich bete dich, dass du ein langer Mann bist und da nicht gerade hängst. Das wäre sehr schön. Boah, das ist aber... Oh, das sieht nicht so aus, als würde er da stehen. Alles ist dunkel. YouTube, du kannst mir nicht sagen, dass dieser Mann da tot ist. Das stimmt gar nicht. Er bewegt sich ja sogar. Boah. Er bewegt sich mehr als nur ein bisschen. Der ist rausgeschossen, Alter. Ich finde es immer wieder grandios, wie diese Protagonisten von den Spielen nie auf irgendwas eingehen, was hier passiert. Ich sehe einen überhängten Mann. Ich sehe einen komischen Slenderman abklatscht, der mich umbringen will. Clownsbild steht im Gang, greift mich an. Irgendeine Frau im Kleid. Lässt mich alles kalt. Warum sollte ich auch? Ich sehe ganz Sommer oder Sonntagabend. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Gehe ich nochmal zurück. Das ist deine Schuld. Oh, was ist da? Ah, 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 ah. Angel? Angel. Eine Engelstatue. Es scheint was... Oh. Oh, lol. Und wie nehme ich die jetzt? Oh. Okay, das ist cool. Das ist cool. Auch gut versteckt. Hätte ich jetzt nicht beim ersten Mal gesehen. Okay, ich habe meinen Schlüssel. Cool. Was ist das? Ist das eine Tür? Da ist eine Tür in der Decke. Vielleicht ein Dachboden. Aua. Die Tür gehen hier ein bisschen komisch auf. Vater. Du hast mich zu verrotten zurückgelassen. Ja. Ich jetzt? Oder das Ding da? Oder... Wer genau? Oh, nee, es ist dunkel. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Hallo? Bin ich sicher? Ist doch nicht irgendwo einer an meinem Nacken. Geh in die Badewanne, Junge. Geh in die Badewanne. Oh, wer ist das? Ich sehe nichts. Ladies and gentlemen. Dein eigener Vater, Jack. Hat dich hier auf deinem verrottenen Todesbett zurückgelassen. Was bist du denn? Fuck. Ist das mein Vater? Ist mein Vater ein Arzt? Papa? Ich sehe aber auch nichts. Es ist so... Du... Öh. Zweck. Junge, es ist ein bisschen zu viel hier. Klopapier. Hä? Wie random. Oh, nee. Was ist da? Oh, das ist ein Puzzle. Äh. Warte. Äh. Ich vermute mal, dass das ein Mund ist. So. So. Wenn ich es jetzt komplett umdrehe, springt mir das ins Gesicht. Ah, die Nase ist nicht richtig. Boah, dieses Bild ist böse. Ich bin da absolut kein Fan von. Und jetzt? Oh, Junge, das ist mir ein bisschen zu viel, Alter. Basketball. Ja, cool. Ah! Oh mein Gott. Ich hab mich gedruckt. Okay. Jetzt bin ich in den Backrooms. Das Spiel ist gut. Das Spiel ist richtig gut. Äh. Da ist der große Mann. Ähm. Der kommt immer näher. Nee. Kommt der immer näher? Ich komm immer näher. Wer ist hier der Verrücktere von uns beiden, hä? Ach komm schon, das kannst du besser. Das Ende? Ach, er stimmt. Ich spiele ja nur ne Demo. In full game, each chapter will revolve around the character from your past. Oh, das ist aber geil. Danke fürs Spielen. Das ist... Ich muss mal gucken, ob die Vorhersion davon schon draußen ist. Weil das ist ein gutes Spiel. Das würde ich gern schon... Das würde ich gern spielen. Coming to Steam and itch, wishlist... Ja, wann denn? Wann, 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 wann? Ist es schon draußen? Jetzt macht er noch Eigenwerbung. Wie frech. Was ist ein plötzliches Ende aber. So, so, so ungelöst. Press escape to return to desktop. Oh. Okay, Moment, dann schauen wir noch mal kurz. Bald verfügbar. Das kommt hier für Wunschliste. Wenn das nicht zu viel kostet. Oh, da ist er wieder, ja, Clown. Interessant, interessant. So, dann würde ich aber sagen, Leute, das war's mit Dead Faces, The Prologue, oder wie das hieß. Ich werde es im Auge behalten. Das sieht vielversprechend aus. Aber ich hoffe, ich habe euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und haut rein. Ciao. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020